Hallo Welt und alle, die sie bevölkern! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Themen-Teams in Pokémon Schwert und Schild. Das Thema für die heutige Folge sind mysteriöse Pokémon. Zur Feier des neuesten Regelsets, den Serious 13, verwende ich heute folgende sechs mysteriöse Pokémon. Victini, Melmetal, Magierna, Dianzi, Ceraora und Mew. Hier nochmal das Team in der Übersicht sowie der Leiteam-Code. Probiert es gerne selbst aus und ansonsten viel Spaß mit dem ersten Kampf. Los geht's! Alles klar, los geht's gegen Raichu, Kyogre, Elphan, Zekrom, Yveltal und Marshadow. Das sieht doch sehr, sehr interessant aus. Yveltal und Zekrom zusammen. Klingt auch extrem witzig tatsächlich. Bin ich gespannt, ob mein Gegner das mitnimmt. Er hat auch ein mysteriöses Pokémon dabei mit Marshadow. Hab ich ebenfalls schon mal gespielt in der Halloween-Thementeam-Folge. Genau wie drei weitere mysteriöse Pokémon in diesem Team. Ceraora, glaube ich, in Naruto-Thementeam, Melmetal im Ash-Alola-Thementeam und Mew im Metronom-Thementeam. Mal gucken, wie gut sie sich hier schlagen werden. Hier sind zwei Pokémon dabei, die die Initiative-Kontrolle aufbauen können mit Rückenwind, Elphan und Yveltal. Ansonsten sehe ich eigentlich eine gute Nische für meinen Magierna. Wenn es einmal richtig reinkommt, dann kann es gut Schaden austeilen. Wir könnten hier mit Victini starten, aber dann hätte ich das Problem, dass Moguli-Breichu mir vielleicht irgendwas versaut. Deswegen starten wir mal so sicher, wie es geht, mit Ceraora und Mew. Holen den Bizarro-Raum raus und gucken dann von dort aus weiter. Könnte definitiv sehr, sehr interessant werden. Bin gespannt. Es sieht zwar sehr, sehr stark aus, was ich heute dabei habe, aber ich habe kaum Erfahrungswerte mit diesen Pokémon. Dementsprechend wird das heute auch mit vielen, vielen Pokémon das erste Mal. Auch gegen viele Pokémon. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal gegen Marschadow gespielt habe. Mal gucken, mit was er startet. Zekrom und Marschadow tatsächlich. Das bedeutet, ich muss den Moguli-Lieb auf Zekrom setzen. In der Hoffnung, dass er Zekrom nicht Dina maximiert. Zekrom hat meistens Schutzschild, eine Drachenattacke, eine Elektroattacke und eine Flugattacke. Also er könnte da definitiv diesen Weg gehen. Wir probieren es aber mal mit Moguli-Lieb. Ich könnte auch einfach mal Plasma-Fäuste plus Psychokinese einsetzen und Marschadow direkt wegmachen. Dann hätte ich aber keinen Bizarro-Raum. Das Problem beim Bizarro-Raum ist, dass mein Ceraora darunter leidet. Aber ich denke mal, das sah ziemlich cool gerade von Marschadow aus. Ich denke mal, damit fahre ich am besten. Das größte Problem wäre eigentlich nur, wenn er jetzt plötzlich irgendwie einen Verhöhner hat auf Marschadow. Ich denke mal, das Risiko können wir eingehen. Mal gucken, was passiert. Mein Gegner Dina maximiert sich. Ist es Marschadow, ist es Zekrom? Wenn es Marschadow ist, ist es in Ordnung. Wenn es Zekrom ist, könnten wir in Probleme geraten. Es ist Zekrom. Okay, es könnte jetzt sehr, sehr schwer werden. Weil mein Moguli-Lieb hat dementsprechend keine Wirkung. Blitzschlag wäre besser gewesen gegen Marschadow. Und wenn jetzt beide Pokémon gegen Mew gehen, muss ich mir was anderes überlegen. So, Moguli-Lieb kommt durch. Schaden ist überschaubar. Mal gucken, was wir noch machen können. Coaching. Coaching bedeutet plus eins Angriff und Verteidigung für Zekrom. Ich greife speziell an mit Magierna. Deswegen ist es da in Ordnung. Mew wird angegriffen. Mew überlebt mit zwei Kpi. Hätte ein Fokusgurt, um mit einem Kpi zu überleben. Interessant, dass er die Attacke genau mit zwei Kpi überlebt hat. Hatte einfach gar keinen Bock auf seinen Fokusgurt. Okay. Interessante erste Runde tatsächlich. Nicht so, wie ich sie erwartet hätte, aber wir haben eine Runde des Dinamax ausgestollt. Je mehr wir damit ausstollen und mindestens eine kriegen wir ja noch ausgestollt, desto besser. Jetzt gehe ich einfach auf Plasma-Fäuste. Ich überlege gerade, ob ich einfach Magierna reinholen sollte. Er wird wahrscheinlich Coaching oder Schattenstoß gegen meinen Mew einsetzen. Das heißt, ich könnte Magierna da, wo Cedaora ist, rausholen. Weil er da wahrscheinlich eine Drachenattacke draufsetzen wird. Und Psychokinese gegen Marshadow. Weil wenn Marshadow Schattenstoß einsetzt, dann wird mein Mew draufgehen. Und ich bekomme plus einen Spezialangriff auf Magierna. Wenn nicht, dann kann ich mit Psychokinese immer noch richtig guten Schaden austeilen. Und Mew wird eventuell sowieso draufgehen. Es kommt tatsächlich Schattenstoß, bedeutet plus eins für meinen Magierna. Magierna ist eins der stärksten Pokémon insgesamt im Spiel. Typenkombination, Fähigkeit, man sieht es hier, absolut broken. Jetzt ist die Frage, geht er auf eine Drachenattacke? Wird auf jeden Fall Sinn ergeben. Tatsächlich, sehr gut. Magierna, Fee, Stahl, dementsprechend konnte ich die Drachenattacke abwehren. Wir können jetzt wieder Cedaora reinholen. Wobei, können wir nicht, weil der Mogelib wird nichts bringen. Heißt also, es muss Melmetal sein. Und mit Melmetal muss ich jetzt, ja, alles unter Beweis stellen. Gucken, ob ich das Sinn bekomme. Wir werden wahrscheinlich bei Zekrom eine Runde warten. Uh, ich könnte auch tatsächlich... Wen Dina maximiere ich? Melmetal zu Dina maximieren klingt tatsächlich ein bisschen spannender. Im Moment. Wenn ich Lichtkanone gegen ihn einsetze. Und einfach mal Dina Frost. Ne, machen wir das nicht. Ich habe ein bisschen Angst vor einem... Äh, Schwächenschutz auf Zekrom. Er hat Coaching bekommen. Hätte er kein Coaching bekommen, hätte ich wahrscheinlich Melmetal Dina maximiert. Melmetal greift logischerweise physisch an. Aber so weiß ich nicht, ob es unbedingt das Schlauste ist. Deswegen die physische Attacke auf Marshadow, das nicht Coaching bekommen hat. Und das Spezielle gegen Zekrom. Es müsste jetzt so sein, dass er als erstes Melmetal angreift. Sollte kein Schattenstoß kommen, versteht sich. Äh, sehr gut. Das sollte auch reichen. Ja, Panzerfeuerste greift immer zweimal an. Hat die Chance sogar zurück schrecken zu lassen. Ähm, in diesem Fall nicht notwendig. Da Marshadow das nicht überlebt. Seelenherz aktiviert sich. Ich habe plus zwei Spezialangriff jetzt. Und... Das... Ich weiß nicht, ob es gegen Zekrom reicht. Okay. Ja, mal dieses Magerna ist vielleicht ein bisschen broken. Dieses Pokémon ist so ekelhaft einfach nur. Ich habe es schon in der letzten Tempting-Folge quasi gesagt und miterleben dürfen. Es ist so schwer, das aufzuhalten. Das beste Pokémon, um es aufzuhalten, ist ein Feuer-Pokémon oder Graudon. Jetzt habe ich plus drei Spezialangriff. Und ich weiß nicht, wie mein Gegner das aufhalten soll. Ich habe Initiative-Kontrolle. Ich habe Mogelib im Hintergepäck. Und ja, zwei Pokémon, die einfach nur noch Schaden machen wollen. Kyogre ist in Ordnung. Also ich habe plus drei. Ja, er kann nichts machen. Ich habe plus drei einfach. Und das Schlimmste ist, wenn er sich auf Magerna nicht fokussiert, sondern das andere Pokémon rausnimmt. Dann kriegt Magerna plus eins Spezialangriff. Das ist so eine böse Strategie. So ein böses Pokémon. Wir gehen selbstverständlich auf Kyogre, damit von Tränen weniger Schaden machen. Wir können Erdbeben einsetzen, treffen unser eigenes Magerna damit. Das ist nicht so praktisch. Deswegen nochmal Panzerfäuste. Gehen Kyogre. Wieso nicht? Das wird sowieso Mogelib kommen. Also ist es egal. Genau. My Metal ist zurückgeschreckt. Abgeschreckt und das sollte auf jeden Fall reichen. Sehr gut. Und ja, Raichu im Alleingang wird das nicht gewinnen können. Jetzt hat mein Magerna, by the way, schon plus vier Spezialangriff. Es wird nicht besser. Und das Witzige an Magerna ist, Magerna wurde quasi, also versucht den Zaum zu halten mit ihrer Signature-Attacke, Kanonen-Bouquet, die den Spezialangriff um zwei Stufen senkt, ähnlich wie Draco-Meteor. Aber ja, ihr könnt sehen, einfach Dina maximieren und man bekommt davon gar nichts mit. Einfach eine Feen-Attacke zu haben mit 140 Basisschaden. Das ist absolut broken. Äh, wir wollen den Gegner natürlich nicht länger warten lassen, als er muss. Und das sollte das Ende sein. Er gibt schon auf. Er hatte keine Chance. Also wenn Magerna einmal draußen ist, vor allem mit Initiative-Kontrolle, weiß ich nicht, wie man das aufhalten soll. Ein sehr, sehr starkes Pokémon. Gute Show von Magerna. Ähm, und genau. Wir sehen uns gleich schon in der zweiten Runde. Und weiter geht's gegen Kyogre, Chronos Barappenreiter, Melmetal, Magerna in der Pokéball-Form. Sehr interessant. Sehr wohl. Und Riolu. Riolu sollte man nicht unterschätzen. Das kann tatsächlich sehr, sehr böse werden. Ähnlich wie in der letzten Themen-Team-Folge mit Cleopada. Äh, mit Copycat. Beziehungsweise Imitator. Okay. Ähm, das Team hat das Potenzial, dementsprechend in den bizarreren Raum zu gehen. Oder mit Chronos Bar-Kyogre super viel Schaden zu machen. Direkt von Anfang an. Ähm, ich glaube hier würde ich tatsächlich Victini mal probieren. Das könnte ganz cool werden. Äh, weil es mit V-Generator die stärkste Feuerattacke im Spiel hat. Oder mit die stärkste Feuerattacke im Spiel. Und im Zweifel Wagemut. Und dann kann ich das mit Magerna ausprobieren. Was ich vorhatte. Ähm. Machen wir das mal. Wieso nicht? Magerna, Victini. Die Strategie kann gleich komplett nach hinten losgehen. Aber, das ist auch eine kleine Testlabor-Folge für mich heute. Dementsprechend wäre ich da nicht unbedingt mad. Ceraora könnte doch ganz gut sein gegen Kyogre. Und ich weiß nicht, ob ich unbedingt Dianzi mitnehmen will gegen Melmetal, Magerna und Kyogre. Könnte es auch mit Mew wieder probieren. Wandler könnte ganz cool sein. Äh, oder Ceraora. Ich glaube Ceraora, weil Plasma-Fäuste kann richtig reinknallen. Und Standpauke kann doch mal vielleicht ein bisschen den Kampf besser kontrollieren. Ähm, genau. Dann müssen wir Dianzi gleich in der dritten Runde mitnehmen. Ist prinzipiell kein schlechtes Pokémon. Es passt gerade nur leider nicht in die Meta rein. Weil Kyogre zerstört ist. Graudan zerstört ist. Cessian zerstört ist. Magerna zerstört ist. Also so ziemlich alles. Ähm, und dementsprechend muss man mit dem Pokémon sehr, sehr vorsichtig sein. Vielleicht kriegen wir da was in der dritten Runde zusammen. Das ist tatsächlich in Ordnung für mich. Wow. Ich hätte Schlimmeres erwartet. Jetzt ist die Frage. Wer geht auf Bizarro-Raum und wer greift an? Mein Gegner ist ein Psychosamen. Bedeutet, dass eine Spezialverteidigung erhöht wird. Die Idee hinter den beiden Pokémon. By the way, Victini, finde ich, ist das coolste mysteriöse Pokémon. Ähm, ich mag es einfach sehr, sehr gerne. Zusammen mit Hirashi. Ähm, bei den beiden Pokémon, wenn man die zusammenspielt, gibt es eine kleine Synergie. Wir haben ja gerade gesehen, sobald ein Pokémon drauf geht, bekommt Magerna Plus einen Spezialangriff. Und für alle, die die Teamübersicht gesehen haben, wir greifen mal an, glaube ich. Wir gehen mal nicht auf Bizarro-Raum. Ähm, Wagemut. Wagemut bedeutet, mein Pokémon opfert sich, macht aber genauso viel Schaden, wie viele KPS im Moment habt. Sprich, 176. Das könnte gegen einen Magerra schon ausreichen oder gegen einen sehr wohl. Dementsprechend setzen wir das einfach mal gegen sehr wohl ein. Und im Zweifel sollte ich jetzt mit Wagemut Victini das sehr wohl rausnehmen. Sind zwei Pokémon besiegt worden, plus zwei Spezialangriff für mein wundervolles Magerna hier. Perfekt. Perfekt. Läuft genauso, wie erwartet. Victini hat sich geopfert, damit Magerna Plus einen Spezialangriff bekommt. Sehr wohl ist draufgegangen. Heißt also, ich habe eins für eins getauscht. Ähm, und beide Magerna bekommen jetzt plus zwei Spezialangriff. Das ist der Nachteil davon. Aber man kann ja nicht immer erwarten, dass der Gegner auch einen Magerna draußen hat. Ich finde die Pokéballform tatsächlich sehr, sehr schön. Schön, dass wir die auch hier sehen. Äh, jetzt ist die Frage, ist er auf Pizarro Raum gegangen? Ich bin auf jeden Fall schneller, darf draufhauen als erstes. Mit plus zwei Spezialangriff tut's auch richtig schön weh. Er ist auf Pizarro Raum gegangen. Okay. Ähm, mein Magerna müsste minimale Initiative haben. Das heißt, wenn ich Melmetal spiele, müssten wir in einer guten Lage sein. Ich könnte Cerao, ne, Cerao, da kann ich nicht spielen, weil das Psychofeld draußen ist. Mogelib wird keine Funktion zeigen. Das ist perfekt für mich. Also, mein Gegner hat mir genau in die Karten gespielt. Und wir befinden uns hier, wie gesagt, in der Hyper-Wall-Klasse. Ähm, ich bin sehr froh, dass die Taktik aufgegangen ist mit Victini. Äh, ich würde aber tatsächlich gerne dazu sagen, als kleinen Disclaimer, dass das sehr viel Glück war. Hätte er hier auch angegriffen, wäre es, glaube ich, ziemlich schlecht für mich ausgegangen. Hätte er nicht Spotlight eingesetzt, sondern Flächen macht, wäre auch nicht cool gewesen. Äh, mein Gegner muss erstmal verarbeiten, was da gerade passiert ist, glaube ich. Ähm, sowas wie Mogelib kann das logischerweise aufhalten, weil es schneller ist, als Victini mit Wagemut. Deswegen trägt Victini auch einen Waldschall. Rückenwind-Strolch mit Elphan oder Borios könnte auch das Ganze verhindern. Also es gibt einige Strategien, um das aufzuhalten. Ähm, ich überlege gerade, wie ich das mache. Ich glaube, Dina Zauber auf Kyogre und Panzerfäuste, oder? Kann ich daneben gehen, Panzerfäuste, das sollte gegen Magian erreichen. Und Kyogre ist das schnellste und im Bizarro-Raum das langsamste Pokémon. Mal Metal ist definitiv langsamer. Heißt also, ich müsste eigentlich alles im Lot haben. Sehr, sehr gut, dass er den Bizarro-Raum für mich rausgeholt hat. Bin so glücklich gerade, dass die Taktik, dass ich die Taktik zeigen konnte, weil das zeigt nochmal, wie stark Magianer sein kann. Ähm, und direkt ein Pokémon damit rausnehmen, absolut genial. Deswegen hat mein Victini auch 252 EVs in KP und Initiative. Es soll Wagemut einsetzen. Es soll nicht V-Generator und so weiter einsetzen. Es kann es einsetzen, wird immer noch richtig reinknallen. Aber mit Wagemut und 100 Basis, äh, KP kann man mit vollem KP-Investment einige Pokémon rausnehmen, vor allem die nervigen Pokémon. Ein Session, das nicht auf Defensive investiert hat im EV-Bereich, ähm, im KP. Im Kyogre kriegt man damit auch, glaube ich, relativ gut raus. Ähm, Graudon ebenfalls, Glurak, alles was nicht Dina maximiert ist. Und das wäre vielleicht nochmal ein Counter gegen das, was ich gerade gemacht habe. Hätte er jetzt beispielsweise, macht man normalerweise nicht, aber hätte er sehr wohl Dina maximiert, hätte ich niemals genügend Schaden gemacht, weil die KP sich verdoppeln. Also es gibt einige Dinge, wie man das aufhalten kann. Deswegen bin ich ja so froh, dass es genau hier geklappt hat. Kann mir nicht vorstellen, dass es häufiger klappt. Also konstant. Sehr gut. Ähm, und wir haben genau das gleiche Bild wie gerade hier. Mein Magianer ist groß, bekommt Spezialangriff nach Spezialangriff-Boost und ja, Melmetal zerstört einfach. Es tanzt einfach einmal umher und Kyogre überlebt plus drei Spezialangriff. Könnte sein, dass es eine Offensivweste trägt. Aber es wird definitiv nicht eins meiner Pokémon rausnehmen. Und selbst wenn, jetzt habe ich, äh, das Nebelfeld rausgeholt, heißt also, ich kann wieder Mogelib spielen. Ähm, aber mit offensivfestem Melmetal halte ich das alles relativ gut stand. Das ist eine schöne Folge, um zu zeigen, was das beste mysteriöse Pokémon ist und was ihr unbedingt mal ausprobieren müsst, solange es noch erlaubt ist. Ich denke mal, in Karmicin und Popo wird das auch erst gegen Ende, wenn schon die nächsten Pokémon-Spiele in der Pipeline sind, möglich sein. Äh, genau. Wir werden hier wieder auf Dina Zauber gehen und Panzerfäuste. Panzerfäuste sollte gegen Koronus bereichen und Kyogre rauszunehmen. Wäre mit Dina Zauber auf jeden Fall garantiert. Sehr gut, der zweite Kampf, der aufgegeben wurde, zum zweiten Mal hat sich gezeigt, wie stark Magiana ist. Ich werde mal versuchen, das in der nächsten Runde nicht mitzunehmen und Dianzi eine Chance geben. Müsste auf jeden Fall schwieriger werden, aber vielleicht können wir irgendwas hinbekommen. Und in der letzten Runde dürfen wir gegen Fuegro, Vulaosu, Glurak, Session, Elfern und das gute alte Graudon ran. Ähm, ja, Dianzi wird komplett gecountert von Session und Graudon. Aber wir haben es noch nicht gesehen. Heißt also, wir bauen es mit ein. Ähm, wie machen wir das am besten? Mit Diamantensturm habe ich tatsächlich gar nicht mal so schlechte Karten gegen Glurak und Fuegro. Ich müsste wahrscheinlich dann mit Seraora starten und Dianzi mitnehmen. Und um bessere Chancen zu haben, brauche ich wahrscheinlich wieder Vitini und Melmetal. Magiana nehme ich einmal nicht mit. Wir haben gesehen, wie vernichtend dieses Pokémon sein kann. und Mew haben wir gesehen, heißt also alles im grünen Bereich. Dann haben wir alle Pokémon gesehen und eigentlich alles gezeigt, was ich mit dem Team zeigen wollte und auch testen wollte, weil wie gesagt, Erfahrungswerte mit solchen Pokémon habe ich weniger. Mal gucken, was wir gegen diesen Gegner hier machen können. Vitini ist auch so cool, einfach nur. Okay, hier hätte beispielsweise das mit Victini Magiana niemals funktioniert. Erstens hätte Grauda mich komplett zerstört und zweitens streue ich Rückenwind und Victini wäre nicht das schnellste Pokémon, hätte wahrscheinlich Schadenfeuer bekommen. Also, er hätte echt Glück, dass es in dieser Runde funktioniert hat. Er wird sich wahrscheinlich Dina maximieren, um mein Mogelib auszuweichen. Ähm. Ich habe nichts, was ich dagegen machen kann, tatsächlich. Also, ich habe so viele Bodenschwäche in meinem Team. Das einzige, was keine Bodenschwäche hat, ist Mew. Äh. Wie machen wir das am besten? Ich muss hoffen, dass er sich nicht in der ersten Runde Dina maximiert und Bizarro Raum durchbekommen. Von dort aus kann ich dann weiterarbeiten. Ja, machen wir das so. Macht er nicht. Perfekt, perfekt, perfekt. Sehr gut. Jetzt kommt ein Rückenwind, der ist uns egal. Potenziell hätte der Elfer noch Verhöhner gegen mich einsetzen können. Aber das ist in Ordnung. Tatsächlich läuft das sogar besser als gedacht. Dadurch, dass der Rückenwind gespielt hat, müsste sein Graudon schneller als mein Zeraora sein. Und wir können jetzt ganz geschmeidig Nahkampf gegen Graudon einsetzen und Diamantensturm. Schutzschild auf Elfern ist in Ordnung. Ich hatte sowieso nicht vor, das rauszunehmen. Diamantensturm. Diamantensturm für alle, die die Attacke nicht kennen, die kann nur Diancia lernen. Passend perfekt auch zu der Terra-Kristallisierung tatsächlich. Macht super wenig Schaden, erhöht aber zu 50% den Verteidigungswert um zwei Stufen. Deswegen habe ich Bodypress dabei. Sollte ich die Chance bekommen, quasi meinen Verteidigungswert um zwei Stufen zu erhöhen, kann Dianci in der nächsten Runde dann richtig schön reinknallen. Ich glaube aber, dass ich auch eine Abgrundsklinge von Graudon überleben kann mit Dianci. Ja, perfekt. Was ist perfekt? Ist nicht optimal, aber ich denke mal, jetzt kann Melmetal was zeigen. Und Victini muss dann als Joker mit Wagemut am Ende rauskommen, weil Wallschall Victini jetzt gerade ist nicht optimal. Okay. Ja, dann machen wir das so. Wir gehen auf Dina Frost, damit wir das Wetter ändern können. Wir könnten aber auch Dina Erdstoß einsetzen. Gucken wir mal kurz auf gegnerische Team. Ähm, ja, Session. Eigentlich hat er nur noch ein Pokémon oder allgemein nur ein Pokémon, das speziell angreift. Heißt also Dina Erdstoß, nur wenn es auch sehr effektiv trifft. Dementsprechend einfach mal Dina Frost drauf und wir bleiben bei Diamantsturm. Das einzig Ärgerliche wäre jetzt, wenn er Energieball auf meinen Dianci setzt, weil dann wäre auf jeden Fall Dina Erdstoß besser gewesen, damit ich vielleicht noch eine Attacke von ihm überleben kann. Okay. Dann darf Melmetal auch mal ran. Er musste mal zugucken, wie Magierna groß wurde und jetzt darf er mal groß werden. Er geht auf Schutzschild mit Graudern. Ich glaube, das bringt ihm nichts. Und er geht auf Sonntag. Er wusste, dass ich das Wetter wechseln will, wahrscheinlich und ist auf Sonntag gegangen. Wie gesagt, das ist die Hyperball-Klasse. Und ja, die Hagekörner werden ihn zerstören. Und Diamantsturm. Das ärgerliche ist, dass er Schutzschild einsetzt, dass Diamantsturm nicht beide Pokémon trifft. Und Schwächenschutz auf Graudern. Okay. Es ist gut, dass es gleich weg ist. Und für jedes Pokémon, das Diamantsturm trifft, hat es diese 50%-ige Chance, plus 2 Verteidigung zu bekommen. Und jetzt bekommt es plus 2 Verteidigung. Perfekt. Aber ich weiß nicht, wie viel das bringt. Das ist interessant. Aber ich finde, Diamantsturm passt perfekt zu Terra-Kristallisierung aus Pokémon, Kamesin und Purpur. Ein schönes Pokémon, hoffentlich auch in Kamesin und Purpur verfügbar. Gucken, was ich machen kann. Charizard, ja gut, er wird jetzt Sonntag einsetzen wollen und das wird nicht klappen. Egal, was er vorhat, das wird nicht klappen. Ganz im Ernst, dann gehe ich glaube ich sogar auf Gigaschmelze. wird mich sehr stark wundern, wenn Glurak, wobei, wenn er eine Anti-Gesteinsbeer hat, dann könnte er Diamantsturm ziemlich gut überleben, aber das ist vielfahreffektiv von dem Dianzi, also ich hoffe, dass es reicht. Aber jetzt kommt 100% Sonntag und so viel Schaden wie möglich. Ich habe noch ein Victini im Hintergrund, ist also komplett verloren, bin ich nicht. Das könnte Session auch ganz gut regeln. Da kommt der Sonntag, Sonntag ist V-Generator auch eine interessante Option bei Victini. Mal gucken, Giga-Schmelze darf durchkommen und Elphan ist raus. Vielleicht hätte ich nicht Elphan fokussen sollen. Vielleicht hätte ich mit der Attacke aber beides Diamantsturm sollte doch reichen, oder? Ne, tut es nicht. Dammit. Ich bekomme plus 2 Verteidigung. Ja, Giga-Feuerflug hat es auf Melmetal abgesehen. Also, das zeigt einfach, wie stark Glurak ist. Das ist perfekte Showcase gewesen für das, was Glurak kann, und zwar einfach mördern. Solarkraft kostet ihn auch ein bisschen. Das macht guten Schaden. Wie sieht es mit Rückenwind aus? Rückenwind ist raus. Das bedeutet, Victini ist jetzt das langsamste Pokémon. Aber ich darf Diamantsturm einsetzen. Aber er Zäschchen. Ja, was er machen wird, ist wahrscheinlich Dinawall und Giganten Hieb. Jetzt hängt es davon ab, wenn ich jetzt richtig predikte, habe ich gewonnen. Also, es ist eine 50-50 Chance. Entweder er geht auf Dinawall mit Glurak oder er greift an und mit Zäschchen wird er hundertprozentig angreifen. Heißt also, um zu gewinnen, muss ich jetzt richtig predikten, ob er Dinawall auf Glurak einsetzt oder nicht. Das ist ein spannender Kampf zum Ende. Gefällt mir. Ähm, V-Generator auf jeden Fall. Wobei, eigentlich muss ich nicht das Risiko eingehen und V-Generator spielen. Ja, komm. Ab dafür. Oh, ich habe kein Schutzschild auf ihm. Damn it. Dann kann ich tatsächlich gar nicht predikten. Oh, ich brauche gar nicht predikten. Perfekt. Er ist nicht auf Dinawall gegangen. Interessant. Weil, was er jetzt machen muss, ist, mein Victini rauszunehmen. Was zum Ende ist, ist ziemlich awkward geworden. Er geht wahrscheinlich auf Gigantennheb gegen Victini hoffentlich. Dianzi. Wow. Okay. Ein Gegner hat meiner Meinung nach einige Fehlentscheidungen getroffen. Dinawall auf Giga Dinamax Glurak wäre auf jeden Fall der beste Play gewesen. Hätte er eine Runde überlebt. Hier sehen wir nochmal die Signature-Attacke von Victini und er darf den letzten Kampf beenden. Perfekt. Zu meinem Lieblingsmysteriösen Pokémon. Aber das hätte er auf jeden Fall gewinnen können. Dinawall auf Glurak und dann schön Dianzi rausnehmen oder Victini rausnehmen und dann wäre der Bizarro nächste Runde weg und von dort aus ist er immer schneller. Außer als mein Victini hätte dann nur eins der beiden rausnehmen können während Glurak auf jeden Fall Dianzi hätte rausnehmen können. Mit ja ich glaube ein Gegner hätte das gewinnen können. War aber auf jeden Fall ein interessanter letzter Kampf. Das war es mit einer weiteren Folge Theme-Teams. Probiert das Team gerne selbst aus und lasst mich wissen wie gut ihr euch damit geschlagen habt. Und ansonsten natürlich vielen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen verdammt schönen Tag. Ich bin raus. Peace out.